Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator auf Felsgrun. Wir sind dabei, unsere Bäume einzusammeln, damit wir hier endlich stoppen. Ich dachte, den könnte ich greifen, so, zack, und das ist auch Kleinholz, so. Und ab die Post. Heckt da noch einen Baum dran, oder hat er sich bloß verhakt? B, genau! fertig oh, die haben wir noch gar nicht entlastet dann lass mich mal rein hier ins Gestrüpp oh, ist das ein Gestrüpp hier ach, egal so ups, hatte ich die nicht gerade angekoppelt gehabt so, fertig so jetzt brauchen wir das Gewicht kann weg und die Fräse eigentlich auch ach, Quatsch, die Fräse der Schleppschild hier so jetzt nehmen wir die hier auf ist sie das? ja und jetzt holen wir uns den großen Container party on so so die Container steckt jetzt einfach hier hin und jetzt fahren wir einmal um den Container rum und sammeln alles auf so 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 super so Alles weg hier. Du kannst das Zeug da ruhig da rein sprühen. Na, ich glaube, ich hänge mal den Container lieber an. Nicht, dass er das ganze Holz jetzt hier irgendwie ins Nirvana der LS19-Engine sprüht. Und für uns nichts übrig bleibt. So. Knobsel, Knobsel, weg damit. Ach, dann sind ja noch zwei Bäume. Stimmt ja. Das war jetzt dumm. So, das war richtig. Große Nachfrage bei Betreidemühle. Warte mal, warte mal, warte mal. Ihr habt eine große Nachfrage nach. Das ist natürlich typisch. Ratet mal, wer keinen Hafer hat. Dreimal dürft ihr raten. Ja, gut. Thema erledigt. So. Sind aber reichlich wenig Hackschnitzel, wa? So. So. So schnell wird man Bäume los. Super. Da ist dieses Problem nämlich erledigt. Und wir haben nur 150.000 Folgen gebraucht. Und hier hinten liegt noch was rum. Und hier hinten liegt noch was rum. Jetzt holen wir uns noch den einen Ast hier. Schnurps. Weckt ihr's ab. So. Das hier ist nichts. Oder? Nee. Ach, und acht. Den machen wir jetzt alle weg. Ich hab jetzt keine Lust mehr. Ich hab jetzt absolut keine Lust mehr. Ich bin Landwirt und kein Förster. Also. Ja. Aber jetzt, ich hab's noch nie weiter. Ich, die. Ich hab's noch nie. Ich hab's noch nie. Ich hab's noch nie. Ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nie. Knopse, Knopse, weg ist der Baum. Zack, erledigt. 10.000 Liter. Noch irgendwo was rumliegen? Nö. Dann abschalten das Ding. Und wegbringen. Jetzt verkaufe ich die Hackschnitzel gleich, dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Und dann brauchen wir bloß noch das Holz aufladen und auch wegfahren. Ne, die Bäume kann ich hier nicht reinschmeißen. So, wo ist jetzt die Ausfahrt? Scheune. Lass mich mal durch hier, Freunde. Ganz schnell. Weil das geht ohne Probleme. Das geht ohne Probleme. So. 10.000 Liter Hackschnitzel. Macht nichts. Da kriegen wir gerade mal das Benzingeld wieder rein. Und warum gucke ich von hier oben drauf? Sehr gut. Ah, warte. Dann können wir hier wieder hochdrehen. Und jetzt schmeißen wir den Container weg. Holen wir das Holz dick und laden auf. Wo ist jetzt so mein Holz? Da. Zack. Und X. Wunderbar Dann sind wir endlich mit dem Holz fertig Und ich hoffe mal, bis dahin ist unsere Ernte durch Und dann können wir uns wieder um die Felder kümmern Dann machen wir nicht aus den zwei Feldern ein riesengroßes So Klappt dazu Mal gucken Kein Unkraut Gut Gut So Na klappt doch Super Genau so habe ich mir das vorgestellt Langsam runter Und abwerfen Ha Ha Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was war's? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das heißt, wir brechen hier ab, nächste Mal beginnt die Sojaernte Und bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen, macht's gut bis zum nächsten Mal See you later!